Mein Slowenisch ist sehr limitiert. Ich begrüße auf das Allerherzlichste, Miha Mazzini und freue mich, dass wir hier die deutsche Ausgabe Du existierst nicht, ich glaube schon 2021 oder 2020 erschienen. Die slowenische Ausgabe dieses Romans ist 2014 erschienen. Miha versteht gut Deutsch, aber wir werden teilweise auch ein bisschen auf Englisch kommunizieren. Dieses Buch ist aus meiner Perspektive eines der erstaunlichsten Bücher vielleicht der letzten 20 Jahre, 25 Jahre, nicht nur aus Slowenien, wo es bekanntlicherweise eine sehr interessante literarische Szene gibt. Wir hatten sehr viele der slowenischen Autoren schon in den 80er Jahren, aber auch einige wissen, dass 90er Jahre, 2000er Jahre bis jetzt immer wieder zu Gast in der alten Schmiede auch schon einmal eine Literatur im Herbst, die der slowenischen Literatur gewidmet war. Aber das ist nur ein sehr erstaunliches Buch über die slowenische Literatur hinaus, weil es in literarischer Form, basierend auf Recherchen, etwas darstellt, das von einer europäischen Öffentlichkeit und von der slowenischen Öffentlichkeit völlig vernachlässigt worden ist. Das ist quasi ein schwarzes Loch, nämlich, dass 1991, 1992 plötzlich um die 25.000 Menschen in einem europäischen Staat Slowenien, der einige Zeit später EU-Staat geworden ist, nicht existiert haben, plötzlich, die waren ausgelöscht, weil sie in keinem Melderegister mehr vorkamen. Das Melderegister wurde damals elektrifiziert, also die Computer sind gekommen und viele dieser Menschen sind dann über den EU-Ostentritt Slowenien noch immer nicht vorgekommen. Warum ist das passiert? In ex-jugoslawischen Staats Slowenien lebten viele Menschen, die nicht in Slowenien geboren waren, aber die eine jugoslawische Staatsbürgerschaft hatten und das spielte einfach keine Rolle, bis Slowenien selbstständig geworden ist. Und diese Menschen, ob in Bosnien geboren oder in Serbien oder in Kroatien, die haben plötzlich festgestellt, und zwar in dem Moment, wo sie mit einer stattlichen Behörde zu tun hatten, ob Polizei oder Gericht oder im Gesundheitswesen, es gibt sie nicht. Das Buch beginnt mit der Geschichte, und das ist die durchgehende Geschichte von Salah Jovanovic, die ist zwar in Serbien geboren, aber schon seit sie Kleinkind ist in Slowenien. Sie arbeitet als Erzieherin in einem Kindergarten, sie ist integriert, sie ist aber ein bisschen Familiendistanz, sie ist jetzt ein bisschen von der Familie entfernt, und das Buch beginnt, sie fährt mit dem Taxi ins Krankenhaus, weil es steht die Geburt bevor. Sie kommt ins Krankenhaus und hat schon ein Problem bei der Aufnahme. Die Aufnahmeschwester findet sie nicht im Register. Davor, bei allen Untersuchungen, die sie hatte bei ihrer Ärztin, war sie noch existent. Warum? Die Ärztin hatte noch eine Handkarte. Die war noch nicht computerisiert. Sie wird aufgenommen, sie bringt das Kind zur Welt, das Kind ist gesund, aber nach zwei, drei Tagen kommen plötzlich eigenartige Reaktionen der Ärzte und Schwestern, wobei wiederum der Fall ist, eine junge Ärztin, die bei der Visite dabei ist, ist mit ihr gut bekannt, nur sie haben sich zehn Jahre nicht gesehen. Sie hat nämlich diese junge Frau, Baby gesittet, die jetzt bald Ärztin ist, Tanja. Es kommen immer seltsamere Reaktionen, plötzlich wird ja von der Krankenhausverwaltung gesagt, dass jeder Tag, der sie weiter hier ist, wird ja mehr kosten. Das sind schon ein paar hunderttausend Dollar, 1500 Euro, seltsam, seltsam. Das geht so weit, dass der Arzt, der zuständige Stationsarzt und der ärztliche Direktor, die Verwaltungsdirektorin ist seine Frau, es kommen seltsame Reaktionen, ich verkürze das jetzt ein bisschen, plötzlich wird sie von ihrem Kind getrennt. Es wird ihr vermittelt, eigentlich soll sie das adoptieren lassen, sie existiert nicht. Sie versucht dann mit dem Kind aus dem Krankenhaus wegzugehen, da steht aber eine Türwache, die sie aufhält, es kommt zu einem Handgemenge, es wird ihr das Kind genommen, sie landet auf der Polizeistation. Dort gibt es wieder keine Papiere. So beginnt dieses Buch. Es ist dann die durchgehende Geschichte. Micha hat das immer mit, also die Geschichte beginnt am 30. April 1992. Er hat das durchdatiert und es endet, nur dass ich es richtig sage, eigentlich nur am 13. Mai 1992. Also es handelt sich um drei Wochen und in diesen drei Wochen wird anhand einer Slowenin, die perfekt Slowenisch spricht, die nur gebürtig aus einer serbischen Familie ist, dieses ganze Problem der 25.000 Verschwundenen, plastisch abgehandelt. Die Charaktere sind großteils fiktiv, alles beruht aber auf Tatsachen und Fakten. In diesen drei Wochen wird auch ein komplexes Frauenschicksal erzählt über diese Geschichte der ausgelöschten oder der individuell jetzt ausgelöschten Salah hinaus, weil diese junge Frau eine sehr typische Frauenbiografie hat, eine postjugoslawische. Sie hat ein sehr angespanntes Verhältnis mit ihrem Vater, der ein Offizier der jugoslawischen Volksarmee war. Das war so das System dort, dass viele dieser Offiziere, der war eigentlich der kleinste Offizier, und also so ein Oberfeldwäbel. Es wird auch diese Enge geschildert, diese Familiensituation. Natürlich ist dieser Oberfeldwäbel noch immer sehr jugoslawisch, da ist im Haus immer noch so ein kommunistische Zeitungen, dort ist Tito an der Wand. Diese Salah hat über Jahre schon keinen Kontakt mit der Familie, aber es gibt dann in diesen drei Wochen, geht sie wieder zur Mutter zurück, weil sie muss ein Netzwerk finden. Es wird ihr nämlich ziemlich klar gesagt, und zwar in einem Gespräch mit dieser Krankenanstaltsleiterin, die wie gesagt die Frau des behandelnden Oberarztes oder Chefarztes ist, in Slowenien gibt es keinen Rechtsstaat. In Slowenien zählen nur Familienbande. Also muss sie sich auf Familienbande wieder zurückbeziehen. Das ist ein mühsamer Prozess, der gelingt. Und dann gibt es eine zweite Ebene. Sie verschweigt ja oder muss oder will verschweigen den Vater des Kindes. Aus vielen Gründen. Und der Vater des Kindes ist nicht ihr Exfreund, sondern der Vater des Kindes ist ein Amerikaner, mit dem sie eben eine Liebschaft hatte, dem sie das aber verschwiegt, er ist verheiratet, er hat selbst zwei Kinder. Also das sind alle diese Dinge, ich kenne das aus vielen dieser Geschichten aus Ex-Jugoslawien, wie das plötzlich westlich geworden ist, amerikanische Firmen da waren, was immer. Alles das verwebt da jetzt Micha in diesem sehr dichten Roman. Und wir haben uns ausgemacht, ich habe jetzt ein bisschen die Geschichte von Sala bis zur Geburt, über die Geburt und was da passiert ist, sie ist dann auf der Polizeistation, sie kommt da wieder raus mit Hilfe von Freundinnen. Solidarisch ist auch die Leiterin dieses Kindergartens. Also sie hat dann ein Netzwerk, auf das sie zurückgreifen kann. Sie versucht, einen Anwalt zu kriegen. Sie versucht, Medien einzuschalten. Die Medien reagieren nicht. Sie trifft einen Delo-Redakteur. Nichts. Es wird ihr vermittelt, dass amerikanische, das ist ein bisschen ein Trick, den dieser Mark mit ihr macht, dass sie da über internationale Medien nichts, nichts, nichts. Und sie trifft dann auf der Polizeistation auf einen jungen Mann, der dasselbe Problem hat. Es ist eigentlich das Meldeamt. Die kommt dorthin mit ihrem Pass und mit ihren Ausweisen und die werden ihr einfach genommen und zerschnitten und weggeschmissen. Und dort hängt ein junger Mann herum, dem dasselbe auch gerade passiert ist. Und da steigen wir jetzt ein, weil dem ist es passiert, weil er bei einer Polizeikontrolle aufgefallen ist. Er ist zu schnell gefahren, hat ein bisschen was geraucht im Auto und hat sich auch plötzlich gewundert, warum er nicht mehr vorkommt. Und ist dann eben auch auf dieses Meldeamt gegangen. So, Micha, may I ask you now to read a little bit in the original language of your brilliant novel. Okay, thank you. Vielen Dank. Ich bin in der nächsten Mal, ich bin in der Zeit, 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 ich bin, in der Zeit, ich bin, in der wozu. Evo, jebega, ne nadoma, policaj, pred mano. Eden v autu, drugi maha, jaz po čisto ne pripravljen. V lassem autu in s pravimi registrstimi tablicami. Ne vem, kaj mi je bilo, kot da bi šel nak na tržnico. Ustavim, kaj čo. Začne policaj hoditi proti meni, nahitro pospravljam, saj veš, kot stanovanje, ko čakaš vbiske, malo je treba urediti. Vržem zavitek stravo po tisto plastično preprogo, kako se jim že reče. Stopim gor, psov niso imeli iz seboj, vse bo v redu. Policaj prihaja, sveti z baterijo. Tablice po autu, točno meni v oči. Dolgo, razumeš? Zazdelo se mi je malo čudno. En tak, kako naj rečem, ne strah, se sem moški, ampak tak neprijeten občutek, sveti in sveti, kar so za sem išle. Čisto me šokiral stoločivo sredite me. Pa po autu, pa po meni, pička policijska sveti. Hočem malo navezati pogovor, rečem, sem bil malo prohiter, ne? Ne bom več, oblubim. On nič, moog. Po drugi strani, nisem več tisti mulc, ko so nas trpali v marice in vozili v gore. Ampak parim sem se pa tudi zameril. Glava mi dela kot pneumatično kladivo, grem čez vse svoje grehe, ogibam, kdo bi lahko bil. Greh v ful. Možnosti nešteto. Zdaj me pa reči že grbila prpa, dlani se imel čisto potne, kar drsele so po volanu. Nakar ti pobrne baterijo navzgor, se mu priozgrazumeš po svojem obrazu in vidim, da je tine. Tine, stari, kaj pa počneje zreče. Obrnet baterijo dol, v tla nič ne reče. Also, letzten Monat bin ich ein bisschen zu schnell gefahren wie üblich. Ich hab noch mal von Natur aus einen schweren Fuß. Was soll ich machen? Was wollte ich gleich wieder sagen? Ah ja, also, ich biege dort ab in diese Straße. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, ist ja auch nicht wichtig. Es ist Nacht, selbst die überfahrenen Katzen auf den Straßen schlafen schon. Verstehst du, das Bild hab ich mir selbst ausgedacht. Und jetzt, naja, ich fahre. Und dann, verflucht, sind plötzlich die Bullen vor mir. Einer im Auto, der andere winkt und ich völlig unvorbereitet. Im eigenen Auto, mit ordnungsgemäsem Kennzeichen. Ich weiß nicht, was an mir so interessant war, als würde ich nackt mitten auf dem Stadtplatz stehen. Ich halte an, was sollte ich auch tun. Der Bulle kommt auf mich zu und ich räume noch schnell auf. Du weißt schon, so wie die Wohnung, wenn man Besuch erwartet. Man muss halt ein bisschen Ordnung schaffen. Und ich werfe noch schnell das Tütchen Gras unter die Fußmatte, trete drauf. Sie hatten Gott sei Dank keine Hunde dabei. Sollte also alles glatt gehen. Der Bulle kommt, leuchtet mit der Taschenlampe, auf die Kennzeichen, durch das Auto, auch in meine Augen. Lange, verstehst du. Das kam mir etwas seltsam vor. So eine, wie soll ich sagen, nicht Angst, ich bin ja ein Mann, aber so ein unangenehmes Gefühl. Also er leuchtet und leuchtet, mir kamen geradezu die Tränen. Er hat mich mit diesem Licht mitten in der Dunkelheit total geschockt. Und dann dieses Bullenschwein, das erst das Auto durchleuchtet und dann nicht. Ich will vorsichtig ein Gespräch anfangen. Ich sage, ich war wohl ein bisschen zu schnell, was wird nicht mehr vorkommen, ich schwöre es dir. Und er sagt nichts. Schweigen. Aber ich bin auch nicht mehr dieser kleine Junge von damals, als sie uns ins Polizeiauto gezwängt und in die Berge gefahren haben. Aber mit ein paar Leuten habe ich es mir doch verdorben. Mein Kopf arbeitet wie ein Dampfhammer. Ich gehe alle meine Sünden durch, rate, was könnte das jetzt sein? Jede Menge Sünden, unzählige Möglichkeiten. Mittlerweile geht mir wirklich schon die Muffe. Meine Hände sind total verschwiezt, rutschen nur so übers Lenkrad. Dann dreht der Typ die Taschenlampe nach oben, nur ein kurzer Schwenk verstehst du über sein Gesicht und ich sehe, es ist Tine. Tine, Alter, was machst du denn da, sage ich. Er richtet die Taschenlampe nach unten auf den Boden und sagt nichts. Tine, was ist los? Hör auf, mir Angst zu machen, du Arschloch. Ich fange an zu lachen, warte darauf, dass er auch lacht. Du weißt ja, Lachen soll ansteckend sein. Verflucht, Tine. Ist geimpft, Tine ist geimpft, den steckt nichts an. Er steht da und schweigt, als wäre er aus Holz. Tine, was ist? Was stimmt nicht? Tu mir das nicht an, Alter. Endlich redet er. Du bist zu schnell gefahren, sagt er. Das kommt mir seltsam vor. Verstehst du, er benimmt sich wie eine Amtsperson, als würden wir uns nicht schon von früher kennen, als wären wir nicht zusammen aufgewachsen. Aber du kennst mich doch, sage ich. Dich, sagt er so kurz angebunden, als hätte er die Atemluft nur auf Kredit bekommen. Ich denke nach, mir ist schon ganz eng ums Herz und dieses kurze Wort macht es noch schlimmer wie eine Schraube, die sich enger dreht. Verstehst du? Du glaubst, okay, das ist das Ende, aber du reißt dich zusammen und es geht noch ein bisschen. Moment, wo war ich? Aber was stimmt denn nicht? Fragte ich noch einmal. Was stimmt denn nicht? Und jetzt er, verstehst du, dort in dieser Dunkelheit, die Taschenlampe leuchtet auf dem Boden, ich sehe ihn aber nur als Schatten. Auf einmal verliert er dieses steinerne Gesicht und wird wieder der alte Tine. Ich will ja nicht schlecht über die reden, mit denen ich aufgewachsen bin, aber bei ihm war uns schon immer klar, dass er entweder Soldat oder Polizist wird. Na, dieser Tine eben. Er sieht mich mit seinem Tine-Gesicht an und sagt, wir wissen beide, was ich dir schuldig bin. Du hast mich aus dem Fluss gezogen, du hast mir das Leben gerettet. Jetzt werde ich mich dafür revanchieren. Ich verstehe nicht die Bohne, um was es geht, aber mir ist klar, dass wir gerade etwas verhandeln, feilschen, um große Summen, offensichtlich, er nennt ja gleich das Leben. Das habe ich ihm tatsächlich gerettet, weißt du? Ich sage, was sagst du da, dass du mir keinen Strafzettel schreibst? Ist dein Leben etwa nur ein paar Geldscheine wert oder was? Tine seufzt, als wäre ich in dieser Geschichte der, der nicht wirklich reden will. Wenn ich dir einen Strafzettel schreibe, sagt er, muss ich erst in der Zentrale deine Daten überprüfen. aber du existierst nicht. Hä? Mach ich. Es gibt dich nicht, sagt Tine. Ich habe alle meine Freunde überprüft. Ein paar von euch gibt es nicht mehr, auch dich nicht, und zwar seit dem 26. Februar. Wir haben eine offizielle Anweisung bekommen, wie wir mit euch verfahren sollen. Er spricht, als würde er an meinem Grab stehen und mich ins Jenseits geleiten, oder was? Ich muss ihn wieder zur Vernunft bringen, ich denke an die logischste aller Möglichkeiten. Hast du Fieber? Musst du ins Krankenhaus? Er schüttelt den Kopf. Geh morgen aufs Gemeindeamt, zeig ihnen deinen Ausweis, wenn du mir nicht glaubst. Tine, machst du Witze oder was? Du rächtst dich jetzt an mir für all die Scherze, auf die du reingefallen bist und du bist sehr oft reingefallen auf meine Scherze. Er schüttelt den Kopf. Sie haben euch aus den Melderegistern gelöscht. Es gibt euch nicht mehr. Sie sagen, ihr wolltet die Staatsbürgerschaft nicht. Ihr wehrt gegen uns. Gegen wen euch? Ich werde wütend. Wir vom ersten Stock gegen euch vom mittleren Stockwerk oder was? Was redest du da? Ich spüre, wie sehr ihm das zuwider ist, dass er die Sache beenden will, weggehen will, mich einfach vergessen will. Weil du gelöscht bist, kann ich dir keinen Strafzettel schreiben und ich muss dich jetzt zum Asylantenheim begleiten. Dort bringen sie dich zur Grenze und übergeben dich den Kroaten. die Kroaten werden sagen, oh, schau, ein Montenegriner, mit denen sind wir doch im Krieg. Und dann werden sie Dinge mit dir machen, die ich dir nicht wünsche. Deshalb werde ich gleich gar keinen Zettel aus der Tasche ziehen. Du bist gelöscht und ich sehe dich nicht. Und jetzt sind wir quitt. aber ich darf dich nie wieder sehen. Er hat die Taschenlampe ausgeschaltet und ich habe ihn wirklich nicht wieder gesehen. Das ist eine Szene, die sehr du kannst nicht bringen. Das ist dein Text. By the way, die Übersetzung aus dem Slowenischen stammt, die glaube ich sehr gut ist, aus dem Slowenischen von Ann Catherine Bolton. Das ist eine Szene, die sehr dicht schildert, wie das bei Amtshandlungen vielmals, hunderte Male passiert ist, dass plötzlich ein Ausgelöschter erfahren hat, dass er ausgelöscht ist und in dem Fall hat er Glück gehabt, weil er nicht sofort über die Grenze expediert worden ist. Micha, as I said in the introduction, I really did research it after when I read it first time a year ago and then now I couldn't find something in Austrian or German media about this topic. Probably nothing, yes. That's why I wanted to have in this novel an American guy, a person from America because we were taught by American films and American novels when you get to media all your problems will be solved. And it's total bullshit basically because some people did get to media about this but nothing happened. Nothing really happened. And I want to have this very realistic in this novel because this was no news basically for years and years and still is in a way. Truth is it was before the internet. That's true. But still after a few years it was already even if those people were erased and they had no rights and they were illegal immigrants they still I mean and then after a few years it was old news you know and everybody moved along and nobody wanted to take a look basically because if something is totally unpleasant and we basically we realize that we can't really help we tend to look away it was clearly before the internet it was yes and this is like a black hole but also one has to say because there is also a scene in this novel where you talk about political parties this is one of these editors or a journalist of Dello who explains to Salah how he can do nothing and he explains suddenly which party is connected to what and what the next election comes and so on this is the new democratic parties and all of many of your side characters have been in a position also in Yugoslavia they underwent a change they are now in a democratic system but they act like within a hidden agenda I mean that normally I mean they try to survive I mean to have their careers and everything you know and there is a question it's not a question because on the official level this is democratic societies yes 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 okay 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 maybe maybe okay let me start at the beginning okay so first five years of my life I spent with a grandmother who was seeing ghosts and souls and devil and god and everybody was walking around you know there were a lot of creatures that I couldn't see so for grandmother I was this poor handicapped child you know and I think that all of my writer's life I'm compensating for this because I'm writing about creatures and things that I see but everybody else is pretending not to see you know really actually and when I first heard that Slovenian government has erased 2% of the population which is not so I mean small amount of the number of people I realized I thought to myself I was young and naïve you know and I said to myself well at this moment every Slovenian writer is writing a book about this you know and then the years were passing and there wasn't a single text that appeared about it no literature no film nothing everybody silent and I realized that I'm sitting again in my grandmother's room you know except this time I'm the grandmother who's seeing all kind of things everybody is pretending not to see okay but and somehow this must be my masochistic nature I said okay I will make a very mainstream feature film about the race okay and I started doing the interviews collecting the information and everything and that took years and of course I mean and there's very interesting if you want to apply for European money for film they must know that you are like serious you know serious production company and how do these European funds know that you are serious production company when your state film fund support you as Slovenian film state fund won't support film about the race of course so everything went bust okay and then I said okay I will write a novel what the hell and I did that's why the novel was published in 2014 or something that's why it took so many years but afterwards when the novel was published I got a call from a producer whoa 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 there's a constellation of Slovenian film fund changing there might be a possibility that there is a new boss will sign some money so we can apply for your and that's what happened it cost him job and thank you but what can I say okay so actually we made this film and now now the answer to your question I'm so sorry but I have to explain this and because I'm anthropologist you know by PhD I put one scene in the film because I wanted to see it in the cinema how it plays out and the scene is very short our heroine you know she wants her child back and she is erased and she is on some social services office and those social services clerk the woman that bureaucrat woman says to her okay we will arrange this don't worry please trust the system okay and you know what was the greatest pleasure when we have premiere up in Scandinavia total silence in this scene people watching nodding yes trust the system it was totally clear and then slowly the film was moving down in Germany it was yeah yeah like trust the system in Serbia they were rolling falling on the floor you know trust the system it was I mean like comedy hit of trusting the system and what this tell you that everybody has in our heads a bullshit detector that knows exactly how much law abiding his own country it is his or her country it is we know not maybe consciously but deep down we know you know and just this trust the system and if you laugh at this you know that you have to use your connections and your relatives and everything sorry for a long answer can I go now no 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 I want to release you he wanted to have it very short we had a pre-talk I could convince him to stay at least 45 minutes this this Sala is actually very brave woman I mean she's motivated she's motivated to do something of course she's fighting for her child but maybe that's something to be told too I mean I'm happy to say that this story didn't happen but the beginning of the story you know mother coming to the hospital giving birth suddenly oh you don't exist you know but the child then exists you know and if the child exists and the parents doesn't so you know what is this what kind of situation do we have here and it happened I don't know at least that I know three or four times and then all these bosses in the hospital said okay okay let's solve this somehow you know okay we put you down that you are a tourist passing by you get you give us the money and goodbye you know and these women were calling their husbands or parents and they were collecting their ransom you know money so they paid and they went to the hospital but I asked myself what if okay somebody would quarrel there so the boss of the hospital would call the police yes and that would happen I was like an illegal immigrant yeah I just go to German this this office leader is of a strange person because she wants to give this child away for adoption she wants to adopt and this sala we're to and in a meeting with a legal attorney she meant that can so not that will so not and I have said the clinic lettering ha have you have not to hear in this state only relationship with relationship that is not right and when haben Sie niemanden. Wegen Ihrer Sturheit wird auch Ihr Sohn so werden. Ohne Beziehungen und Bekanntschaften ein Niemand auf Wiedersehen." That's a very interesting sentence. It is. I'm so glad that I don't understand them. I try it in another way. There is a kind of, the German word is revisionismus, revisionism in all of our societies, not only in Slovenia, which means that historical facts are completely changed. Yes. I tell you, for example, in Slovenia or Croatia, now, there is a completely different story told about partisans, about Yugoslavia. This is what I mean, revisionismus, Geschichtsrevisionismus. No, I don't think so, because when we are remembering, it's not like there is some film or hard disk. When we are remembering, we are creating our history from our current position. And this, okay, there was an experiment done in the United States, but there was a very good experiment, when people had to write their life stories. Okay. So they had to write their life stories. And half of them, you know, the experimenter said to them, you know, we ran out of these forms, please go, can you go and fetch these forms down the corridor, you know. So half of these people who were about to write their life stories So half of them found one dollar before sitting down and writing their life stories. And those who found one dollar, their life stories were more brighter, more successful, they were more glad about their achievements and so on. We are built like this. And even our states are built like this. They have to build this ideology every moment. And they have to disregard the facts. Because the facts hurt. We are not built for the facts. We are built to live life in dreams. You know, the less contact with reality you have, the better you are living. I mean, of course. That's normal. I mean. Okay. Noch ein letzter versuch. Just a last try, very short. This is astonishing for me, that in the country where I was born, and these three days are a lot about fascismus and fascisierung, new fascism, whatever. I can tell you, your book starts on the 30th of April. I am born on the 30th of April. It's in my country, the Führers des Day, Führers Todes Tag. And I was born in a country, part of Austria, Upper Austria, which was a complete concentration camp, the whole Upper Austria in 45. But nobody saw anything. There was a Mauthausen, yes, but we didn't really know what they did there. And in the beginning of the 90s, it happens that 25,000 people just disappear, but without concentration camps. Yeah, I mean, yeah. This disappearance was really total. I mean, it was not just the citizenship, the work permit, everything went just away. So those, and it was really, I mean, I talked to a woman, I mean, for instance, Okay, you mentioned that they did this for the people who were born in ex-Yugoslov republic. Okay, if you were born in Vienna, no problem. If you were born in Sarajevo, big problem. If you were born in Berlin, no problem. No problem, no problem. If you were born in Luxembourg, no problem. No, 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 no. All the guest workers had no problem. No problem, no, no, no. But, I mean, really, it was a personal conversation. And the lady said that she was living in a small city by the Slovenian coast, down by the sea, in a city called Isola. And she heard, that was Yugoslavia at that time, of course. And she heard that the hospital on the other side of the border in the town, I think, Novigrad, in the Croatian town, is better. So she went there to give birth, and she, so she returned, you know, after three days, she returned with a son, you know. Okay. And no problem. So the kid went to primary, to kindergarten, and then to primary school, and then Slovenia got independent, and this erasure happened. And this lady came, and the son went to this middle level school, we call them gymnasiums in Slovenia. And he went there, and she said, go away, you don't exist, you know. And he returned with his mother, and she said to her, but you don't have a son, you know. Because the son was born on the Croatian side, you know. And the son didn't exist, you know. And, you know, imagine that you're a mother of a 14-year-old boy, and you don't have a son, you know. And the son is, of course, there. You don't have it. So, yeah. Okay. We are already at the end, but we have a few minutes. Micha has written for the Polish and the English. You did an afterword for the Polish and the English. That was for Polish, yes, yes, yes. And this was translated for the German edition. And, of course, in Slovenia, your novel was, had a reception different to England or Austria or Germany. Germany? In Slovenia... This was maybe the reason why you wrote the afterword. To explain a few things. No, actually, yes, okay. No, there was a Polish magazine who asked me to write something about it. And I did. Because I think it's okay to have these facts, you know, written like in an article, not like in a novel too. I mean, okay. But the reception of the novel in Slovenia was kind of silent. It was silent reception. In Slovenia, you can check how many people are borrowing the books from the libraries. You can check this online. So, it was widely read. It sold well. But it was silent. It didn't really exist. No, it didn't really exist. The book... And then the film came out, the film came out and... The right-wing minister of what? The police and of the interior, it's called minister of the interior, was tweeting all the time that this is the shame, shame for the country. Shame, shame, shame. And I mean, if the boss of the police is, you know, so approving about your work, you must be doing something good. You know, really, you know, I'm happy. Ich möchte aber jetzt doch noch ein paar Abschnitte zum Schluss aus diesem Nachwort vorlesen. Da gibt es einen Abschnitt, der ist überschrieben unter Anführungszeichen slowenische Ehrlichkeit. Die Gründe für die Auslöschung wurden nie bekannt. Wir sind Europa, wir sind nicht der Balkan, sagte damals einer der führenden Politiker. Und wir müssen diese Aussage vor dem Hintergrund des seinerzeit vorherrschenden Denkens verstehen. Eine von zwei sehr populären Theorien besagte, dass wir sowieso keine Slaven sind, sondern... Also wir Slowenen sind keine Slaven, sondern von dem alten Volk der Veneta abstammen. Und daher hätten wir nichts mit dem Rest von Jugoslawien zu tun. Eine andere höchst beliebte These wurde von dem angesehenen slowenischen Psychologen Anton Tristenjak vertreten, der eine Reihe von Werken über die slowenische Ehrlichkeit so tatsächlich eines seiner Bücher verfasste. Er schrieb und predigte, was jede Nation gern von sich hören möchte. Zitat Die Slowenen sind das ehrlichste Volk der Welt, das mehr als alle anderen schuftet. Aber der jugoslawische Staat hat ein paar faule Äpfel bei uns eingeschmuggelt und Arbeiter aus dem Balkan importiert. Und jetzt fault auch die slowenische Nation vor sich hin. Was er nicht direkt fragte, obwohl jeder ihn so verstanden hat, war, sollten wir die Nation nicht säubern? Jetzt, wo die Möglichkeit dazu besteht? Lassen Sie es mich klipp und klar sagen. Die Gründe für die Auslöschung, das war purer Rassismus. Und wenn wir uns die Folgen ansehen, war außerdem noch Sadismus im Spiel. Vor allem war sie unter jedem Gesichtspunkt von der Politik bis zur Wirtschaft vollkommen unnötig. Tatsächlich haben politische Überzeugungen offenbar keinen davon abgehalten, die Politik der Auslöschung entweder einzuleiten oder weiter zu betreiben. Die erste Regierung des unabhängigen Sloweniens unter Premierminister Loise Peterle war rechts, stürzte aber schon im Mai 1992 und wurde von der linken Regierung unter Janis Tranovstek abgelöst. Loise Peterle war danach viele Jahre lang Abgeordneter des Europaparlaments, während Janis Tranovstek Präsident Sloweniens wurde und als spiritueller Weckrufer mehrere erfolgreiche New-Age-Bücher über Liebe publiziert hat. Der Schimmel, der sich im ganzen Haus ausbreitet, ist der nächste Absatz überschrieben. Und jetzt das letzte Zitat. Mit der Auslöschung wurde seitens der Kräfte der Rechten begonnen und die Linken hielten daran fest. Das bedeutet, dass alle slowenischen Politiker sich damit besudelt und ehrlos gehandelt haben. 1999 erließ das Slowenische Verfassungsgericht das Urteil. Die Auslöschung war rechtswidrig, aber es geschah nichts. Als Miha Mazzini, Du existierst nicht, in der Edition Converso erschienen. Es steht dabei A True Crime. Es steht nicht Novel oder Roman, A True Crime. Aus dem Slowenischen von Ann-Kathrin Bolton. Ich empfehle natürlich alle Bücher, alle unserer Autoren und darüber hinaus die Bücher, die in den Schriften und Werken unserer Autoren vorkommen. Aber jetzt hier an dieser Stelle empfehle ich äußerst und nachdrücklich, besorgen Sie sich dieses Buch auf Slowenisch, auf Englisch und auf Deutsch. Es sind einige Exemplare hier, er wird sie signieren. Ich danke Dir, Miha Mazzini, wir sind genau in der Zeit, dass Du nach Wien gekommen bist und hier im Zusammenhang dieser dreitägigen Veranstaltung bereit warst, dieses Buch vorzustellen. Applaus 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 Und ... ... ... ...